Der Jazzpreis hat auf jeden Fall zumindest einen nationalen Stellenwert, aber auch immer wieder internationale Bewerber und das finde ich toll, dass wir eben nicht nur die Jazz-Szene in Deutschland erreichen, sondern über die Grenzen hinaus. Wir sind die Band Mahlstrom, das ist Axel Zeig an der Gitarre, Salim Javid am Altsaxofon und ich spiele Schlagzeug. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier heute dabei sein dürfen und hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Also ich habe ja mit den ganzen Jurymitgliedern zusammen die Bandsförderung zusammengestellt und wir haben fünf Gruppen und wir schauen einfach, was auf uns zukommt und freuen uns auf Überraschung. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn der Biberacher Jazzpreis stattfindet. Hallo, wir sind das Janika-Löttgen-Quartett aus Essen. Das ist der Luca Müller, das ist der Jan-Alexander, das ist der Marvin André und ich bin die Janika. Also ich denke mal für die Newcomer und für die jungen Leute, die jetzt quasi da in dieses Genre reinwachsen sollen, ist es eine tolle Sache, weil sie sich, also weil sie Projekte sich erarbeiten müssen, weil sie die vorstellen können und es ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Musikpreis, den es gibt, aber es ist toll, dass es verschiedene gibt und die können sich darstellen und können dadurch halt auch Routine gewinnen und werden halt natürlich auch gleich bekannt dadurch. ganz interessante Bands und ja, ich bin sehr angenehm überrascht von dem Niveau, das hier herrscht. Hallo, wir sind das Johanna-Sammer-Trio, Tobi Fröhlich, Jan-Ana Kroh, Johanna Sammer und wir freuen uns sehr, heute hier zu spielen. Ich habe vor einiger Zeit den Kulturpreis Biberach Landkreis gewonnen und habe dann gesagt, das Geld möchte ich eigentlich ganz gern stiften für etwas, was jetzt auch für die Stadt oder die Region wichtig ist. Und nachdem ich selber Kompositionslehrer bin und in Bern die Kompositionsabteilung leite, war das für mich eigentlich eine ganz logische Entscheidung. Sehr gut, sehr gut, von Band zu Band besser. Wir sind das Jakob-Manns-Projekt aus der Nähe von Stuttgart mit Hannes Stolzheimer am Klavier, Paul Albrecht Schlagzeug und Frieder Klein-Bass und wir sind jetzt hier für den Jazzpreis nominiert worden und freuen uns total auf ein tolles Konzert, auf einen tollen Wettbewerb. Es ist ein sehr junger Jazzpreis, das heißt, das Alterslimit ist nochmal deutlich niedriger als bei anderen Nachwuchspreisen und er hat eben wirklich eine Tradition gebildet, das heißt, man hat auch von den Bewerbern immer eine Auswahl, wo man von einem tollen Abend ausgehen kann. Es gibt natürlich ein bis drei Favoriten, aber ein toller Abend und es ist toll, dass die Stadt Bibach sowas veranstaltet. Hi, wir sind Heavy Therapy und es macht mega Spaß, hier dabei zu sein, weil alle Menschen super nett sind. Ich bin Heavy Therapy und es macht mega Spaß, hier dabei zu sein, weil alle Menschen super nett sind. Ich denke, da kann jeder ruhig und gewissens gespannt sein, was heute Abend sich anwarnt. Ich glaube, es wird eine sehr enge Geschichte auf jeden Fall. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin ja aus dem Land, sozusagen aus Baden-Württemberg und freue mich immer, wenn mich was hier hinführt und ich dann wieder heimische Luft atmen kann. Wir überspringen den zweiten Preis und kommen zum ersten Preis und mal Strom, mal weniger Strom. Wir haben uns entschieden für zwei Gruppen. Das eine ist Jakob Manns Projekt, das andere Mal Strom für den ersten Preis. Und beide sind so unterschiedlich. Beide haben so viel an Leben, an Aktion, an Musikalität, Spannung etc. Aber mehr muss ich ja nicht sagen, weil Sie haben sich an Ihrem zweiten Organ, dem Darm, dem zweiten Gehirn, quasi haben Sie gemerkt, neben Ihrem Kopf, dem ersten Gehirn, dass wir recht haben. Das ist bei Wettbewerben immer so eine Sache, dass es dann am Ende irgendwie einen Verlierer und Gewinner und so gibt und das ist natürlich jetzt eine sehr gute Möglichkeit, um irgendwie zumindest den ersten beiden Plätzen sozusagen ein gutes Gefühl zu geben und zu hinterlassen.